Willkommen zu einem Hack von Super Mario mit mir, dem Hexacore. Und zwar zocken wir den Hack Super Mario World. Allerdings, ja, ihr werdet gleich schon sehen, von wem der ist. Hallo, danke fürs Antesten meines ersten SMW-Hacks. Es ist nur eine Demo, kurze Demo, bitte bewerten. Allerdings, es ist doch keine Demo, das ist jetzt hier beendet, auf jeden Fall, soweit ich das gekriegt habe. Und, ja, dieser Hack ist wunderschön. Und, ja, dieser wurde für mich von dem Herrn Elevator gemacht. Oh. Ah, Moment, damit muss ich mich jetzt leider abfinden. Und, hepp, hepp, hepp. Danke, Fetty. Endlich bin ich aus diesem blöden Ei raus. Komm mit. Und zusammen können wir noch viel mehr essen. Ja. Ich glaube, der möchte mir jetzt sagen, dass ich dick bin. Warte mal, geht das immer noch? Ja. Nein. Ah. Bug. Ja, er hatte mir schon mal eine Version gegeben. Äh. Na, oh. Zack. Oh. Hoppa. Ah. Ah, nee, Moment, man kommt dann. Nochmal lieber von, von hier beginnen. Äh. Oh. So, noch einmal ab. Hä. Ach, Mann. Nein. Ah, okay. Puh. Ach. Hoppala. Oh, ja. Ja, 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 geschafft. Noch ein, Yoshi, mit dem, mit dem ich zusammen essen gehen kann. Äh, wir sehen, was dann ist ja nochmal. Oh. Na. Puh. Nochmal gerade so geschafft. Da, 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 da. Äh, Moment. Da, 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 da. Okay. Da. Mann. Nein. Ach, komm schon. Man sieht schon, ich bin der absolute Oberpro. Ach, komm. Hoppa. Oh. Nein. 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 Ja. Nein. Oh. Oh. Oh, nö. Oh, nein. Quarte, das kann man schaffen. Na. Hopp. Ach, komm. Das passiert, wenn man sich, dummerweise... Den, 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 den... Ich glaube... Ah, meinst du... Komm schon. Ich lasse den Yoshi mal hier stehen. Äh... Oh, ich hab das da drauf. Oh, ja, scherz, das Mund... Ich glaube, man muss Yoshi hier stehen lassen. Und... Oh... Oh. So. Mann. Hier, nein Komm, spuck den Kack wieder aus Nein Mann, nimm Hä? Oha Oh mein Gott Yay, I got the Pils Weiter geht's, wir haben es geschafft, ist das nicht toll Oha Ich übe noch Okay, einmal speichern Wah Na, take him Take him Ach, leck mich Will das Vieh Oh Ach, das chillt, das Level Oh, halt, mein Pils Da Der ist eine Kugelfinie Oh Oh Oh, was Der ist böse, der Stein, hab ich gehört Da, 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 da Oh Oh Oh, böses, böses Essen Falsch Ach, boah Bin ich denn doof? Fuuu Mann, ich will die da alle kriegen Ach so, man muss da mitlaufen, würde ich sagen Warte, die kann man alle kriegen Yay Let me get some life Boah, wofür schleppe ich denn dieses Scheißteil mit mir rum? Mh, 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 mh Na, das Level war jetzt Reicht einfach Aber Genau, genau richtig für mich, würde ich sagen Let's save Und das letzte Level Ja, der Elevator hat's mir gesagt Er wird da Wohl, ähm Noch was, also Äh Noch ein bisschen weitermachen Ah, was ist das? Ah, von diesem Teil weiß ich noch nichts Mh, 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 mh Ist ja unmöglich, ich kann unmöglich Ah, leck mich so ne Scheiße Ah, ey, was sich der Typ für Sachen aussenkt Oh, wow Oh, wow Boah, wie lange geht das denn jetzt noch so? und hab nein Oh, nein. Oh. 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 Hallo? Oh. Mann, was ist das denn für eine Scheiße? Ja, du hättest drauf, Jum. Du hättest so drauf. Oh. 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 Oh, Mann. Oh. Oh, was ist das für ein Noob-Gedöns? You are... ...ähh... ...super... ...was? Scheiße. Bäh? Ach, Superplayer. Ja, okay. Ja, klein aber fein würde ich sagen, ich fand's lustig. Ähm, und ich bin außerweise mal nicht ausgerastet, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja gut, ähm, fragt einfach bei meinem lieben Elevator, vielleicht gibt er euch den Hack hier auch. Ähm, und ihr könnt ihn auch mal zocken, falls ihr das wollt. Ähm, der Link ist in der Beschreibung zu seinem Kanal. Und ich würde sagen, ich bedanke mich dafür, dass ihr zugeguckt habt. Und ich bedanke mich dafür, wenn ihr auf seinen Kanal gegangen seid, das finde ich nämlich sehr nett. Ähm, und unterstützt den lieben Jungen mal. Der trotz seiner super Eisnerleitung immer noch weitermachen kann. Und es irgendwie trotzdem noch schafft. Ich weiß zwar nicht, wie er das macht, aber... Naja, naja, gut. Ähm, ich bedanke mich nochmal fürs zu gucken. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.